Ohne diesen einen Köder würde ich nie wieder nach Norwegen zum Angeln fahren. Der Cent EVV 2 ist ein extrem facettenreicher Köder. Ich kann ihn flach anbieten, ich kann ihn tief anbieten, ich kann ihn schnell führen, ich kann ihn langsam führen. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass er viele Raubwildarten an den Hacken bringt. Dorsch, Lenk, Lump, Seelachse und natürlich Opollachs fallen darauf rein. Und deshalb kann ich euch nur raten, packt diesen Köder ein, wenn ihr nach Norwegen fahrt, damit ihr dort auch so eine großartige Zeit erlebt, wie ich sie hatte.